Was muss ich beachten, wenn ich mit Kettlebells trainiere und Rückenbeschwerden habe? Zum Beispiel eine Bandscheibenvorwölbung oder einen Bandscheibenvorfall. Kann ich überhaupt mit Kettlebells trainieren? Ist das nicht schlecht für den Rücken? Was gibt es zu beachten? Was kann ich machen? Was soll ich weglassen? Das ist natürlich sehr individuell. Jeder hat eine andere Belastbarkeit, andere Koordination, andere Problematiken. Im Rückenbereich. Aber generell würde ich nichts anderes machen, als mit jedem anderen auch. Da die Prinzipien immer die gleichen sind. Eine gewisse Schmerzfreiheit sollte natürlich da sein. Je weniger Schmerzen bei den Übungen oder danach auftreten, desto besser ist es. Als grobe Faustformel kann ich sagen, wenn ich eine Schmerzskala von 1 bis 10 habe. 1 ist schmerzfrei, 10 ist der schlimmste Schmerz, den ich je in meinem Leben verspürt hatte. Dann sollte ich im Training nicht über 4 gehen. Je weiter drunter, unter 4, desto besser natürlich. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, kein Kettlebelltraining zu machen, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat oder Bandscheibenvorwölbung oder ähnliches. Warum? Ganz einfach, weil wir den Rumpf bei sämtlichen Übungen anspannen. Weil wir immer, bevor wir Gewicht nehmen, erst eine Bewegungsschulung machen. Das fängt an, dass wir ohne Kettlebells anfangen und die klassische Stabilisationsübungen gerade bei Rückenpatienten machen würden. Frontstütz, Plank auf dem Ellenbogen, seitlich, im Vierfüßlerstand, Arm und Bein anheben oder nur das Bein anheben, erst mal überhaupt stabil werden. Vielleicht erste Rollbewegung, wenn das geht. Und dann können wir arbeiten, ein Gewicht sicher anzuheben mit geradem Rücken. Natürlich müssen wir die Wirbelsäulenhaltung erarbeiten, dass wir über die Beckenkippung die Wirbelsäulenhaltung steuern können. Kippe ich das Becken oder den oberen Beckengrand nach vorne, das Schambein nach hinten, stehe ich im Hohlkreuz. Kippe ich es nach vorne, schiebe ich das Schambein nach vorne, richte ich das Becken auf, habe ich einen Rundrücken. Irgendwo in der Mitte sollte es sein, beziehungsweise wenn ich mich oben kontrollieren kann, wenn ich das Becken ganz aufrichte, das ist eigentlich die Endposition beim Swing. Ich habe die Rumpfmuskulatur schön angespannt vorne, den Bauchbereich und bin da sehr stabil. Und dann erarbeite ich das Kreuzheben mit einem Stab im Rücken, dass ich erst mal zeige, wie ist die gerade Wirbelsäulenhaltung. Wenn das alles klappt, warum soll ich dann nicht Gewichte anheben, auch schwere Gewichte. Die Kettlebell wird zwischen die Fußgelenke gezeigt, Kreuzheben wird das Erste, der Po geht nach hinten, Hip Hinge heißt es im Englischen, diese Bewegung. Die Knie nicht nach vorne schieben, die Schienenbeine bleiben vertikal, Po nach hinten und dann lernen, aus der Hüftbewegung erreicht. Durch die Fersen heraus, durch die Fersen durch, aus der Hüfte heraus anheben das Gewicht und dann zwischen den Knien unterm Körper absenken. Was machen die meisten? Die sehen ein Gewicht, sind es nicht mehr gewohnt, Gewichte anzuheben, heben es so an, vor dem Körper, heben alles aus dem Rücken, arbeiten überhaupt nicht mit dem Körper im Einklang. Heben es an oder heben es unterm Körper an und setzen es dann so ab. Deswegen. Gewichte werden möglichst körpernah angehoben. Unterm Körper anheben und dann unterm Körper zwischen den Füßen absetzen. Bei einer Kettlebell. Wenn ich Langhantel nehme, muss die möglichst an den Beinen langstreichen, das wäre das Ideale. Dicht am Körper arbeiten. Der Rücken ist also stabil. Was kommt als nächstes? Swing. Wenn das Kreuzheben funktioniert, mit verschiedenen Gewichten arbeiten, dann kann ich den Swing arbeiten. Der Swing ist ja nichts anderes als schnelles Kreuzheben. Ich scharte hinter der Kugel, ziehe sie nach hinten. Ich habe vorher ausgiebig erlernt, dass der Rumpf stabil ist. Das ist der Swing. Der einhändige Swing ist nichts anderes, der Clean ist nichts anderes, der Snatch ist nichts anderes. Es ist explosiv, aber wenn die Rumpfstabilität funktioniert, wenn die Wirbelsäulenhaltung neutral gehalten werden kann und der Rumpf immer angespannt ist, gibt es keinen Grund, nicht mit Kettlebells zu trainieren. Über Kopf drücken. Volle Rumpfspannung. Alles stabil. Türkisch Get Up fragen sich manche. Ist das denn gut für den Rumpf? Ja, warum denn nicht? Ich habe ja die ganze Zeit den Rumpf angespannt. Das ist eine Rumpfübung, eine Rumpfstabilisationsübung. Hier muss der Rumpfkörper ja lernen, oder hier lernt der Körper ja, den Rumpf stabil zu behalten und währenddessen sich durch alle Bewegungsebenen dreidimensional durch den Raum in den Stand zu bewegen. Also, der Rumpf ist stabil. Ich drehe mich mit stabilem Rumpf hier hin. Keine Verdrehung, keine Überlastung in der Lendenwirbelsäule. Ich ziehe die Ellenbogen ran, bin stabil, drehe mich aus dem stabilen Rumpf zurück, drücke nach oben. Der Rumpf ist stabil. Ich drehe mich nach rechts, der Rumpf ist stabil. Ich gehe auf den Ellenbogen hoch, ich bin ganz gestreckt und stabil. Ich gehe hoch, der Rumpf ist stabil. Ich gehe hoch, der Rumpf ist stabil. Ich bringe das Bein nach hinten, der Rumpf ist stabil. Ich richte mich seitlich auf, ich bin die ganze Zeit stabil und stehe gerade. Nichts anderes lernt man in der Rückenschule, jedenfalls in der klassischen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Führt man gelernt, sich wie ein Roboter zu bewegen. Nur keine Rückenbewegung, das mag am Anfang gut sein, wenn man akute Probleme oder Schmerzen hat. Aber später sollte man natürlich auch an der Bewegung arbeiten. Aber es gibt aus meiner Sicht keinen Grund und keine Übung, die ich nicht mit Kettlebells machen kann, wenn ich Rückenbeschwerden oder ein Bandscheibenvorfall habe. Vorausgesetzt, die Technik stimmt, vorausgesetzt, ich habe mich gelernt zu stabilisieren. Das muss natürlich im Idealfall vom guten Trainer oder Therapeuten erarbeitet werden, aber ansonsten kann man eigentlich alles machen. Bei der Windmill wird die Lendenwirbelsäule ein bisschen verdreht, die würde ich natürlich erst später hinzunehmen, aber ansonsten kann man im Prinzip alles machen. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, weil jeder Fall anders ist, aber grundlegend sehe ich keinen Grund, warum ich nicht mit Kettlebells trainieren sollte. Und wir haben das ja auch schon mit Rückenpatienten erfolgreich gemacht und es wird auch so gehandhabt. Also nur Mut, erst die Technik lernen, am besten ohne Zusatzgewicht, vielleicht mit ein paar eigenen Eigengewichtsübungen, Körpergewichtsübungen und paar Stabilisationsübungen und dann zum Gewicht hinarbeiten.